Sie sind hier, 25. Januar 2019, 10.29 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Sebastian Kehl ist am Sonntag zu Gast im Check, 2-4, Doppelpass, Urheberrecht, Sport1, Grafik, Imago, Sport1, München, Moderator Thomas Helmer begrüßt im Check, 2-4, Doppelpass, unter anderem Sebastian Kehl, Ein großes Thema wird die Neuausrichtung des BVB sein. Borussia Dortmunds Titelambitionen und die erfolgreiche Neuausrichtung unter Trainer Lucia Favre Zudem die Trängerdiskussionen im Bundesliga-Abstiegskampf und der Entspurt auf dem Transfermarkt, über diese Themen wird Moderator Thomas Helmer im Check, 2-4, Doppelpass mit Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung von Borussia Dortmund, diskutieren. Im Hilton Monique Airport Hotel werden am Sonntag, ab 11 Uhr live im TV auf Sport1, Joachim Schutbild, Jürgen Bergner, ARD, Raphael Honigestein, freier Journalist und Buchautor, Matthias Dersch, Kicker, sowie Sport1-Experte Marcel Reif zu Gast sein. Co-Moderatorin ist Ruth Hoffmann, der Check, 2-4, Doppelpass ist neben der Ausstrahlung im Free-TV wie auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen Sport1-Plattformen sowie komplett via Facebook live zu sehen und steht kurz nach Sendung Sende zudem als Video-on-Demand in der Sport1-Mediathek zur Verfügung. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus Einberg. Mehr